Ich denke sehr zuversichtlich, das Spiel gegen Matersburg haben wir schon analysiert, abgeschlossen. Ich denke jetzt gegen St. Pölten daheim können wir wieder neu angreifen und es eigentlich wieder gut machen und wieder Punkte holen. Ja sicher, St. Pölten ist sicher keine schlechte Mannschaft, die sind auch im Abstiegskampf und die werden sicher auch am Samstag alles reinhauen und da müssen wir dagegen halten und eben besser spielen als St. Pölten und dann bin ich zuversichtlich, dass da Punkte dringend sind. Ja, wir haben ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, ich denke das bessere Spiel als zweites gehabt und da komme ich mit Selbstvertrauen zurück nach Alltag und will dann natürlich so weitermachen.